Wie würdest du es angehen, wenn du mit deinem heutigen Wissen nochmal einen Kanal von null starten müsstest? Man muss dazu sagen, SpaceLaw ist ein kleiner Kanal, der sich auf Raumfahrtrecht spezialisiert hat. Ich kenne ihn. Ah, okay. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich glaube, er hat mich auf LinkedIn angeschrieben. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe nur noch nicht zurückgeschrieben. Das tut mir schrecklich leid. Oder habe ich zurückgeschrieben? Ich weiß es gar nicht. Ich schreibe oft nicht zurück, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Ich kriege unglaublich viele Nachrichten und dann ist es sehr, sehr schwierig. Also wenn mich mal irgendjemand anschreibt und ich schreibe nicht zurück, dann liegt das nicht daran, dass mir das egal ist. Meistens lese ich es auch, aber dann schwuppt die nächste Sache rein und dann ist es einfach schwierig. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wenn du von null nochmal anfangen müsstest, was würdest du tun? Ich habe tatsächlich unglaublicherweise sehr vieles richtig gemacht. Es gäbe gar nicht viele Sachen, die ich anders machen würde. Unter den gleichen Voraussetzungen muss man dazu sagen, weil aktuell ist mein Budget größer, als es damals war. Meine ersten fünf Episoden habe ich auf einer 250 Euro teuren Kamera aufgenommen. Eine Spiegel, Spiegel, eine voll, ich glaube, es ist sogar eine voll digitale, ohne Spiegelreflex, eine EOS 2000D. Der Karton steht da vorne. Ich kann ihn von hier aus sehen. Die habe ich auch nie verkauft und ich glaube, ich werde es auch nie tun, weil es die erste Kamera ist, die ich hatte. Ich hatte eine Weile gedacht, naja, du brauchst das Ding nicht mehr, du kannst es jetzt verkaufen, aber ich habe es noch nicht getan und ich glaube, ich werde es auch nicht tun und die stand die ersten fünf Episoden auf einem Bücherstapel, weil ich nicht mal ein Stativ mehr leisten konnte, weil alles Geld für die Kamera raus war, weil wir hatten halt nicht so viel finanzielles Polster und ich wollte auch nicht 10.000 Euro für den YouTube-Kanal ausgeben am Anfang. Also man kann mit sehr wenig Budget starten und es kann offensichtlich auch mit sehr wenig Budget funktionieren. Wichtig am Anfang ist, dass man sich mit Leuten zusammensetzt, die schon etwas Erfahrung haben. Das habe ich getan. Ich habe mit, ich habe über meinen allerersten Sponsor, Brilliant, die auch bis heute einer meiner regelmäßigen Sponsoren auf dem Kanal sind. Jeder, der mal What About It gesehen hat, kennt den Satz, this episode is sponsored by brilliant.com oder einfach nur Brilliant, glaube ich. No, nee, nee, genau. Kein Thanks go to Brilliant for sponsoring today's episode. Das kommt da immer am Anfang und das ist ein unheimlich wichtiges Tool für mich gewesen am Anfang, weil es Funding reingebracht hat, weil es Geld reinbrachte, was am Anfang unglaublich wichtig ist, um überhaupt was machen zu können, muss man sich einen Sponsor suchen, der einen nimmt und einem ein bisschen extra Geld zuschießt. Und der ist auch Sponsor von Joe Scott. Vielleicht kennt den hier jemand, Answers with Joe. Ist ein ziemlich großer Kanal, inzwischen eine Million Abonnenten. Damals hatte er noch so 600.000 und ich bin einer seiner Abonnenten, seitdem er 20.000 Abonnenten hatte. Ich gucke den Kerl schon seit einer Weile und ich liebe Joe Scott. Ich bin ein Riesenfan dieses Kanals. Ich finde, der Kerl macht das unglaublich gut. Und ich wusste, dass Brilliant auch Joe Scott sponsert. Ich bin dann also zu meinem Agent hingegangen und habe den gefragt, kannst du mir die Nummer von Joe Scott geben? Ich würde mich gerne mit dem unterhalten. Und der sagte, naja, Nummer ist schwierig, aber ich kann ja mal eine E-Mail-Konversation mit dir öffnen zusammen. Und dann hat er den ins CC gesetzt und ich konnte die Konversation mit ihm eröffnen und der war Feuer und Flamme für mein Projekt und hat sich mit mir hingesetzt und drei Stunden mit mir über Skype, mit Kamera gesprochen. Und ich habe ihn in diesen drei Stunden so was von ausgefragt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der brauchte nachher den Kopf mit dem guten Joe, weil ich wusste, der Kerl kann es schon. Und der hat wahrscheinlich diese ganzen missen, fehlenden Puzzleteile. Und das sind viele. Wenn ich anfangs das Wissen gehabt hätte, was ich jetzt habe, wären viele Dinge leichter gewesen. Aber im Prinzip habe ich es richtig gemacht. Also wenn man sich einfach mal den Werdekang von What About It anschaut, kann man daraus viel lesen, was richtige Entscheidungen betrifft. Es hört sich jetzt komisch an. Ich möchte auch nicht irgendwie jetzt prahlen hier oder sowas. Aber es ist tatsächlich so, dass ich durch Zufall mehr auch einfach viele Entscheidungen richtig getroffen habe. Also am Anfang ist es wichtig, einen Sponsor sich zu sichern, so schnell wie möglich, weil man braucht einfach zusätzliches Kapital. YouTube zahlt nicht gut. Viele meinen ja, die schmeißen ja mit Goldbarren nach einem, wenn man irgendwie ein guter YouTuber ist. Das tun die nicht. Als YouTuber ist es wichtig, seine Einkünfte über viele verschiedene Schienen zu fahren zu lassen. Du brauchst YouTube selber. Du musst dich also monetarisieren lassen, was am Anfang, glaube ich, 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Watchtime ist oder sowas. Das musst du hinkriegen. Dann bist du da, kannst du da Geld verdienen. Dann gibt es die zweite Schiene, das sind die Sponsoren. Die sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, auch wenn es viele Leute stört, dass da das Video wieder von Surfshark gesponsert ist oder sowas. Es ist für uns Creator einfach unglaublich wichtig, überhaupt irgendein Funding auf die Beine zu stellen. Und da sind die Sponsoren toll. Ich sorge immer dafür, dass ich nur Projekte und Produkte als Sponsor aufnehme, von denen ich auch selber überzeugt bin. Ich bin also auch schon von Luftmatratzenherstellern und Handyspielherstellern und sowas angeschrieben worden und die werden kategorisch von mir abgelehnt. Habe ich noch nie gemacht, auch am Anfang nicht, als ich noch weniger Geld hatte. Ich sorge immer dafür, dass das glaubhaft ist. Wenn ich nämlich Brilliant als Sponsor habe oder wenn ich The Rich Wallet Altasch wähle, das Ding ist total irre. Das Teil ist voll cool. Jeder Freund, den ich kenne, hat das Ding schon mal immer von mir unter die Nase gehalten gekriegt, weil ich voll überzeugt bin von dem Ding. Und das kann man gut als Sponsor übernehmen. Und dann hat man zusätzlich dazu den Merchandise, den hast du da auch an. Ich habe heute tatsächlich meinen Final Fantasy Shinra-Shirt hier an, weil ich hier gerade zivil bin heute und meinen Merch nicht anhabe. Aber normalerweise habe ich in jeder Episode meinen Merchandise an, wie man das so macht als YouTuber, einfach um eine weitere Einnahmequelle zu haben. Es ist einfach wichtig. Ich weiß, viele, gerade Deutsche, haben oft ein Problem, über Einnahmen zu sprechen. Aber es ist einfach so. Irgendwo muss es herkommen, das Funding fürs Studio und für die Zeit, die du ja auch investierst. Wenn du gerade wie du jetzt zum Beispiel noch deiner normalen Tätigkeit nachgehst und dir dann Urlaubstage setzt, um Episoden zu produzieren, was mit Sicherheit schon mal vorgekommen ist, oder einfach abends die Stunden investierst. Irgendwie muss es wieder gefüllt werden. Und das ist einfach genau das. Dann hast du das nächste Standbein. Das sind deine Patrons und deine YouTube-Member, die auch unglaublich wichtig sind, weil sie dir nicht nur Funding geben, sondern dir auch helfen. Die kommen zu dir, die gehen in deinen Discord rein, fragen dich, ob sie irgendwo mit anpacken können. Unglaublich wichtige Sache und ohne die wären wir gar nichts, wir YouTuber, ohne die großartige Community, die sich um so einen Kanal irgendwann sammelt. Das sind alles Sachen, die habe ich ganz am Anfang gemacht. Deswegen erwähne ich das gerade als richtige Entscheidungen, weil ich damit so früh angefangen habe, dass Leute in den Kommentaren gesagt haben, du hast schon einen Merchandise-Shop, du hast doch bloß 300 Abonnenten. Das liegt daran, dass ich von Anfang an erkannt habe, dass ich irgendwie damit Geld verdienen muss. Ansonsten kann ich es nicht hauptberuflich betreiben. Möchtest du YouTube hauptberuflich betreiben, ist das am Anfang sehr schwierig. Und dann musst du alles nutzen, alle Register ziehen, so schnell wie möglich deine Produktionsqualität auf ein Niveau bringen, mit dem du selber zufrieden bist. Und es gibt immer noch irgendwas, was man irgendwo verbessern kann. Das erste halbe oder vielleicht sogar dreiviertel Jahr war ich eigentlich nur damit beschäftigt, von Episode zu Episode immer wieder einen Aspekt mir zu suchen, den ich beim nächsten Mal besser machen will. Ich bin das richtig mit System rangegangen und habe mir die letzte Episode angeschaut und gesagt, okay, der Klang war schlecht. Das muss ich ändern. Also bin ich losgegangen, habe mir Akustik-Schaum geholt und habe die Decke damit beflastert. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, aber das Color Grading, die Farbe, das passt ja voll nicht. Wie sieht das denn aus? So sehe ich normalerweise aus. Und in meinen ersten Episoden sah ich aus wie so ein Käsekuchen. Also habe ich mich hingesetzt, mir Tutorials angeschaut, wie mache ich Color Grading. So habe ich jedes Mal vor der nächsten Episode versucht, irgendeinen Aspekt noch ein bisschen zu verbessern. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Geheimnis hinter What About It gewesen am Anfang. Das ist ganz wichtig, dass du immer versuchst, noch eine Schippe draufzulegen. Ja, krass. Es endet jetzt hier wohl im Live-Chat die Hölle los, weil alle bei dir Praktikum machen wollen und lernen wollen, wie man YouTuber wird. Okay. Also ich habe sich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht mal einen Skillshare-Kurs mache. Also stay tuned. Würde bestimmt funktionieren. Ja. Ali Quadiri fragt, seit wann interessierst du dich für Raketen? Oh, seit ich meine Augen auf habe. Immer schon. Ich glaube, meine allerersten, frühesten, mein aller frühstes im Gedächtnis gebliebenes Ereignis in Sachen Weltraumfahrt war Challenger. Ich war sechs damals und ich kann mich noch gut daran erinnern. Und ich bin aber auch schon davor immer schon bekannt gewesen dafür, dass ich mich für Technik interessiere. Also tatsächlich von ganz, ganz klein auf. Und Weltraum, das habe ich eben schon mal erwähnt. In meinem Weltbild ist es so, das ist so ein bisschen der Carl Sagan Ansatz. Wir sind dieses kleine Sandkorn im Irgendwo und es gibt noch so unglaublich viel drumherum. Und dafür habe ich mich immer schon extrem interessiert. Was ist da draußen? Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, was sieht man denn dann? Das war eine Frage, die ich oft meinen Eltern gestellt habe. Und dann noch einen Schritt weiter. Was kommt denn dann? Und das ist einfach die Raumfahrt. Die geht den Schritt noch weiter. Und deswegen habe ich mich immer schon sehr, sehr, sehr dafür interessiert. Also ich habe mit zehn Jahren das Revell-Modell vom Space Shuttle gebaut mit meinem Vater zusammen und immer schon am Fernseher geklebt. Damals noch, wenn es wieder was Neues zu sehen gab in Sachen Shuttle. Ich wusste damals noch nicht, dass das Shuttle auch unglaublich viel Geld kostet und eigentlich die Raumfahrt ein bisschen ausgebremst hat. Das war mir damals als Kind natürlich alles egal und es war unglaublich schön zu sehen, wie Hubble dann ins All geschossen wurde, wie die Menschheit dann die ISS gebaut hat und so weiter und so fort. Und da war für mich schon klar, wenn wir das weiterverfolgen, dann kann das was ganz, was Großes werden. Wir sind noch in den absoluten Kinderschritten, was den Weltraum angeht. Und ich bin, ich jubel für Team Space, so oft ich kann. Ich bin schon immer mit Feuer und Flamme dahinter gewesen. Dazu fragt Bronson vom Discord, glaubst du, Europa hat noch eine Chance, mit Amerika, SpaceX, Blue Origin, ULA mitzuhalten? Was heißt mithalten? Für die bemannte Raumfahrt haben wir immer schon Sitze angemietet. Das haben wir noch nie selber gemacht. Und sowohl SpaceX als auch Boeing mit dem Starliner, der ja dann jetzt hoffentlich im April starten soll, glaube ich. Hatte ich irgendwas retweetet auf Twitter? Ich glaube, es war April, das neue Startdatum. Das war schon immer und auch Soyuz und das war immer schon nicht ein europäisches Gebiet. Das europäische war immer schon eher die Nutzlast, die nicht lebt. Und ich glaube, da haben wir Chancen, weiterzumachen. Wir sind jetzt an Themis dran und danach kommt Callisto und die Triebwerksforschung hat bei uns rumgerudert. Das Problem waren so ein paar blockierende Leute. Ich kann mich an ein Interview von einem Arianes Bass, einem hochrangigen Arianes Bass Mitarbeiter, erinnern. Ich weiß nicht, ob es ganz oben an der Spitze war. Ich weiß auch nicht mehr genau den Namen, aber ich weiß, ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben und zwar, wenn ich Raketen landen würde, dann könnte ich ja keine mehr bauen und dann müsste ich ja die ganzen Leute entlassen. Also schmeiße ich die Dinger ins Wasser und baue jedes Mal eine neue. Das hat er gesagt in die Kamera bei einem Interview. Das wäre der Grund, warum er nicht an wiederverwendbare Raketen glaubt. Und da habe ich, also das war ein kollektiver Facepalm-Moment für mich. Das fand ich unglaublich. Also der klassische, der ist weg inzwischen. Er ist nicht mehr bei Arianes Bass. Es gibt vielleicht einen Grund dafür. Und jetzt arbeitet Arianes Bass auch dran. Also abwarten. Der Zug ist nicht abgefahren. Man ist hinter. Absolut. Wenn man sich das anschaut, was SpaceX jetzt in Boca Chica betreibt, dann ist man vielleicht sogar sehr hinter, wenn das tatsächlich funktionieren sollte mit dem Starship. Aber hey, Europa war immer in der Raumfahrt und Europa hat immer Raketen gebaut und wir waren tatsächlich die Ersten, die überhaupt moderne Raketen gebaut haben. Und von daher, da würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen. In Europa gibt es, und das wirst du mit Sicherheit bestätigen können, ein paar sehr, sehr tüchtige Ingenieure. Und denen muss man nur die Zügel freilassen. Denen muss man sagen, mach mal. Weil das ist genau der Grund, warum SpaceX sich so schnell entwickelt. Weil da nicht irgendjemand oben an der Spitze steht und sagt, die Rakete muss aber so und so aussehen. Sondern weil da jemand an der Spitze steht und sagt, ich möchte folgenden Aspekt verbessern, wie machen wir das? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und da ist die ESA so langsam und auch Arianes Bass so langsam dabei, das zu begreifen, dass sich da inzwischen was geändert hat. Und dann, da muss der Keim für die Innovation gefördert werden. Das muss man immer schön gießen und dann wird das auch wieder werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben am letzten Interview über die Micro-Launcher geredet. Da war das noch gar nicht so lange her, dass dieser Preis ausgeschrieben wurde, der Micro-Launcher-Preis. Da kann ich jetzt hier ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar, ich werde nämlich mit dem Koordinator der Bundesregierung ein Interview machen in drei Wochen an dieser Stelle zu diesem Preis. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Habe ich gerade gestern klar gemacht. Und da werden wir genau über diese Aspekte mal reden. Erstmal, wie es zu diesem Micro-Launcher-Wettbewerb kam und auch, was sich vielleicht die deutsche Politik oder vielleicht auch die europäische Politik davon verspricht. Beziehungsweise, also muss man sagen, das war ja, ist ja eine mutige Entscheidung gewesen, diesen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, dass man das Problem oder beziehungsweise, ja eigentlich nicht das Problem, den Wind erkannt hat. Sagen wir es mal so, es geht ja gar nicht um Probleme, sondern es geht um den Wind, den man irgendwie mitkriegt, der anfängt, stärker zu werden. Und lass die Privaten dran. Genau. Immer schön gießen, den Keim der Innovation muss man gießen. Die machen das toll. Ich finde, ich bin da auch ein Riesenfan, dass das vor allem ein ordentliches, das ist 15 Millionen ist das Preisgeld. Insgesamt sind es sogar, es sind zweimal 15 Millionen. Also es ist auf jeden Fall ein großer Pott, der in zwei Teilen plus Zwischenpreis ausgeschüttet wird. Und kann ich auch das Video von Video Space News empfehlen. Da gab es zwei Videos zu den Micro-Launchern, den Deutschen. Isa und? Isa und? Isa, Rocket Lab, sorry, nee, das sind die Neuseeländer, Isa Aerospace, Rocket Factory Augsburg, genau. und High Impulse, das sind im Prinzip die mit Hybridraketen arbeiten. Das heißt im Prinzip, das sind Feststoffraketen zusammen mit einem Flüssigtreibstoff. So ein bisschen ähnlich wie das Spaceship One von Virgin. und super interessante Konzepte, total unterschiedliche Konzepte und bin super gespannt, was die reißen werden. Und auch interessant zu wissen, was da eigentlich so politisch hinten dran irgendwie so los war. Und das ist so eine, das ist eine Kultur, die in den USA schon lange, lange, lange existierte. Die, die kleinen Startups, die versuchen ins All zu kommen. Und das ist wichtig, dass wir genau sowas hier mehr fördern. Dass es nicht nur einen großen Spieler gibt, weil der teilt den Kuchen unter sich selber auf. Das funktioniert nicht. Du brauchst, du brauchst Wettbewerb, du brauchst Leute, die mit neuen Ideen reinkommen, junge Leute, die, 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 die frischen Wind mit reinbringen und so weiter und so fort. Und das ist, dafür genau ist dieser Preis absolut Gold wert, weil der sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen, weil aha, jetzt kann ich damit Geld verdienen. Das ist einfach ein wichtiger Ansporn. Es ist einfach so, dass kein Mensch eine Rakete entwickelt, wenn er kein Geld damit verdienen kann. Wie will ich das machen? Dann bleibe ich bei meinem Job und der ist eben nicht die Rakete bauen, sondern vielleicht irgendwas anderes designen und dann, 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 dann kommt die Industrie nie ins, 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 ins Laufen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wie dann nach die Nachwuchsförderung beim Fußball. Das Gleiche musst du bei Raketen auch tun. Absolut. Eneas fragt, hast du vor, dich offiziell als Journalist akkreditieren zu lassen, damit du regelmäßig die Pressekonferenzen der NASA... Ich bin schon dran. Ja, geil. Ich habe schon meine Kontakte geknüpft und es sieht sehr, sehr gut aus, dass ich also vielleicht sogar sofort, nachdem ich da bin, meine Akkreditierung bekomme und dann... Geil. Ich freue mich drauf. Ja, klar, natürlich. Hallo, das ist ja einer der Gründe, warum ich ans Cape ziehe und genau, also so schnell wie möglich. Das ist vielen, das merke ich immer, also wir leben da ja auch ab und zu ein bisschen in unserer Bubble drin, nicht so klar, dass Florida, dass da eine Startrampe neben der anderen ist. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie so von wegen, dass es da nur das Pad gibt, wo man zum Mond aufgebrochen ist, sondern das ist, ja, ein Raumflughafen, ein Weltraumflughafen. Also es ist Wahnsinn. Wer da noch nicht war, ganz dringend mal hinfliegen nach Orlando rein, ist gar nicht so teuer und dann zwei Wochen, selbst wenn es da gar keinen Lounge gibt, ist das Kennedy Space Center so unglaublich interessant. Das kann man sich kaum vorstellen. Da gibt es sechs oder sieben verschiedene Touren, die man da machen kann und es ist unglaublich viel Historie vorhanden da, weil das halt auch schon sehr, sehr lange am Laufen ist. Das fing in den 50ern an da. Das ist Wahnsinn. Also es ist toll. Dringend empfehlenswert. Mondgeflüster fragt, bemannte Mondlandung NASA. Gibt es dazu, ja, wir sind dann wieder bei der orangenen Rakete und so. Orange Rocket, gut.